ja er ist heute schon der leistungszeit leistung nämlich heute macht der ging zweieinhalb stunden und der soll jetzt wie viel haben wir ja so ungefähr vier stunden soll ich den anderen auch noch sagen dass sie mal so lange wie sie nicht rumquietschen ist mir das egal lieber nie nur wir zwei reden ja ich gehe dann bei anna in den freien kurz da ich mich umbringen ja wenn du willst mal sehen wir noch so schlau es umkommt doch die die spielstätte zu gehen ja ja er hatte gerade kopf du kleiner wichser dann sag doch mal hallo hallo ist samu spielchat samu Nein, ich glaube nicht. Nee, eben hat er aber gerade mit Spielchat geredet. Ja. Ich verlasse und gehe zu Anna. So Leute, jetzt hört ihr nur noch mich gerade. Ich spiele aber jetzt gleich mit Anna. Und ich hoffe, dass sie auch in den Spielchat kommt. Wenn nicht, stelle ich kurz ein, dass es Anna im Ausschreiter für Spielchat gibt. Ja. Anna? Was ist für die Kamera? Jeji! Ja! Wer ist das? Wirklich? Was ist immer Tyler! Hey! Hey! Hey Tyler! Hey! Weh! Hey! 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 er hat seine frau er hat seinen freund geschwängert was ok ich hab's geschafft er ist draußen let's go wer sagt alles hallo anna sagst du hallo ebra ebra der keller wenn du sie ja fickt alle wohnen und gib mir das paper anna du weißt nicht mehr was ich mach sie macht Livestream oder sie macht Livestream oder hallo hallo abonni zählte er sonst sterbt ja alle warte 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 gleich noch mal ein buchstabieren aber langsam ok darfst buchstabieren gut wenn das geklärt ist können wir jetzt spielen ok jetzt buchstabier mal buchstabier mal dein Name aufschlösschen äh s a m u e l 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 ab am Ende von vier stunden werd ich euch nochmal sagen wen ihr alles abonnieren solltet ihr alles abonnieren müsst und was weiß ich mich nein mich nicht mich müsst ihr auch abonnieren sonst bring ich euch um bitte mich nicht bist du akkristig ich bin ich habe Angst zu uns bei Blumen sorry dafür man darfst du morgen raus wegen Anna prrrr die sind immer so zu langweilig weil du immer so zu langweilig wenn Samu da ist bist du so und wenn wir alleine sind bist du so falsch willst du mir sagen ich stehe auf Samu oder so ja jaaa hehehe nein das ziehe ich auch keinen Teil liebes Handzeige ist draußen Leute hehehe dann ziehe ich kein Kleid an ich wollte ein Kleid anziehen aber dann ziehe ich doch ein Kleid an Jesse doch Jesse du bist schlecht ich hasse dich ok dann kommt Samu halt nicht Jesse wenn du wenn nein wenn du ein Kleid anziehst ja ich zieh Kleid an oh mein Gott ich hab zwei Jumpets ich hab zwei ich hab zwei Jungpads Jessica nimm nicht mal nein das ist ja meine Truhe ich hab zwei Jungpads da stand dein Name nicht drauf Mädchen also war es nicht deine doch da stand A-N-A ich nehme meinen Busch alter da stand dummes Kind wenn schon oh du Hore ey Leute ich bin ein Busch guck mal wuh oh guck mal der Bursch kann wegflip alter alter Anna hey ihr habt mich ausgegrenzt ihr seid böse lass ich auch für dir die Tür warte ach so ist auch schon drin wieso ist er tot wieso ist er tot hallo wer könnt ihr mir jemand ne Frage beantworten wieso der hier down ist oh hä hä ich hab kein Fall Damage bekommen ich hab ein God Mode alter ich hab ein God Mode alter A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N hä hä ich krieg hier kein Fall Damage was das Tyler hör auf viel zu Spen du Honk Tyler das ist Horen so alter er fällt mich auch voll mich nicht Haben den Aut an Auto 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 Atto Legends Samuel Mans Korki fahr ich werde gefahren hat der Maul ich mein Gott ich laufe zwölf km h kriegst du gleich was denn es wird keins wir entweder gleich oder gar nicht äh ich hab Jumped Blondie kommt zu mir ich hab Jumped ich hab Jumped ich hab Jumped ich hab Fall Damage bekommen Idiot ich hab ich hab einen Jumped ich kann einen fremd fliegen und ich werde gefahren mit Fall Damage he 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 schlecht schlechte Fahrer ja er ist schlecht wieso ich will er die Gana nicht du bist eingestiegen dafür kann ich doch nichts Blondie willst du mit fliegen? ja ich bin mit fliegen also wir kommen bei Sabo Airlines oh mein Gott Auto 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 bleib hier ich hasse ihn ich hasse ihn Alter er zerstört gleich das Auto ja mann tschüss Jessie fahr sie um fahr sie um oh mein Gott sie haben Raketennerver sie ist gefährlich ich hätt ihn beinahe benutzt ich hätt ihn beinahe benutzt ja du hättest das Auto eh nicht kaputt gemacht also von da her ich geh nach vorne ne Auto ist schlecht kaputt alter er kann wirklich schlecht fahren das Auto ist ne Sekunde kaputt bin ich auch trau ja dann komm doch zu uns bei uns ist noch Platz frei ja klar sie läuft jetzt mal nach vorne hier rüber Ich komm doch fahr doch du alter du Honk was will er denn steck mal aus Blondie nö nö der komische typ alter darf ich fahren typi darf ich fahren typi alter jetzt einsteigen jetzt machst du das ist so gut, Alter. Was machst du? Wenn da ein anderes Auto ist, steige ich aus und fahre mit dem Auto weiter. Bei dem will ich nicht mitfahren, der kann nicht fahren. Derselben Meinung bin ich auch. Ey guck mal wie er fährt. Jesse fährst du dann auch bei mir mit? Ja. Wenn du gut fahren kannst. Ich kann gut fahren. Ich kann besser fahren wie dieser Idiot. Kannst du überhaupt mit dem Auto fahren? Ja. Sehr gut oder eher... Naja. Ja also ich kann gut mit dem Auto fahren, also lässt du mich da fahren oder wie? Ja. Ich halt schon mal bereit. Ich halt schon mal bereit, wenn er aussteigen sollte. Wer du oder... Ja. Du kleiner hoch in so ein Fahrjitz. Fah du kleiner Idiot. Wer du bist... Der Typ ist komplett behindert. Ach was. Warum fahren wir überhaupt mit dem? Ja keine Ahnung, weil wir ganz schön weit... Ja ich könnte ja fliegen. Also ich hab Jumpets. Ja ich könnte ja fliegen. 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 Ja ich hab mal halt Angst, dass du mir die Rampe abbaust. Und ich hab nicht genug Materialien. Hätte Materialien gegeben. Also so 57,50 Holzlein, 30 Spiegel und 23 Metall. Ja moin. Er macht noch's auf. Ich hab gerade... Ich bin gerade in den Kampf und ihr chillt gerade live. Nein. Der Typ ist so behindert, der bringt uns noch rum. Oh ich hab eine gedaunt. Oh mein Gott ich bin auch... Okay ich bin auch down. Ich hab eine gedaunt. Okay. Der denkt du kannst nicht schnell bauen wahrscheinlich. Hehehe tschüss. Ach so ich dachte jetzt fährt keiner. Hey ich bin nicht gefahren ne. Also wenn er aussteigt, fahrt direkt los ne. Hm. Ich weiß nicht, ich hab dich schon mal bereit. Also ab jetzt könnten wir auch laufen. Aber laufen ist so anstrengend. Genau. Dauert zu lange. Der fies. Hör einer hinter uns. Ach so der kommt nicht mit. Dein Ernst? Ja keine Ahnung mehr wann. Wann steckt der Typ aus? Ich will auffahren. Ich steig aus so bald wie in der Sohn. Tschüss. Tschüss. Warte. Das ist eine Doppelbistole die an mir. Nein. Hatte ich auch nicht. Tschüss. Tschüss. Sie ist rausgegangen. Oh mein Gott. Null. Also wenn der doch mal an uns vorbeifährt. Ich werf mir der Boogiebomb. Nein es klappt nicht. Ich dachte bei dem Einkaufswagen klappt es. Was machst du denn? Was machst du denn? Warte mal Manu. Ja mach mich doch erst komplett low du kleines Asch. Ich geh zurück zu Anna. 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 Anna Hohen. Ist das jetzt dein scheiß Ernst? Ich mach grad einen Livestream. Guck mal wenn wir zugucken. Ah ah. Keiner guckt wie zu. Ja. Aber weißt du das? Papa rufst du nicht aufholt? Papa rufst du nicht aufholt? Nein. Warum nicht los? Ich weiß nicht. Ich weiß, Mama macht ein Eis. Oh, du Schwein! Ich hab' ein Eis, ich hab' ein Eis, ich hab' ein Eis, ich frag' jetzt, bis gleich. Ich hab' ein Eis, ich hab' ein Eis. Tschüss. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jessica! Jessica! Anna? Danke, dass du mal bereit getrübt hast. Ich esse Eis. Was für eine isst du? Also ich esse Erdbeer, dann esse ich noch Vanille und Schokolade. Oh mein Gott, ich esse ist dasselbe, aber eine Waffe. Haar. Nur so Haar? Weil ich einen Löffel dazu nehmen kann. Ich habe direkt. Ich habe direkt. Ich habe mir fünf oder so rausgelegt. Übischlammer, oder? Was ist? Übischlammer. Äh, natürlich. Äh, natürlich. No way! Ich bin gerade runtergerutscht. Egal. den Loot da oben brauche ich nicht. Den Loot da oben brauche ich nicht. Vier goldene Sachen. Und nichts anderes. Anna, willst du fahren in Einkaufswagen? Okay, hier ist dann. Dann los, jetzt fahren wir uns. Warte, ich will es mal looten, ich habe noch nicht fertig gelootet. Also ich habe 1, 2, 3, 3 Waffen, das reicht mir. Ich habe vier goldene. Cool. Hast du noch Schildi, also Schildtrank? Nein. Aua. Auto! Ich fahre. Nein, du fährst. Wo ist Auto? Siehst du fährst? Hier! Ähm, du solltest mal fahren. Hä? Warum fährst du nicht Auto? Ja, ich schieße. Eigentlich habe ich nicht so viel Muni. Können wir tauschen? Für welche Muni brauchst du? Ähm, warte kurz. Warte, 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 warte. Dann musst du ziehen, dann musst du ziehen. Dann musst du ziehen. Ich steig aus. Und ich brauche wieder Schwere. Also Schwere habe ich 30, Schwere habe ich 30, Schwere kann ich dir gerne geben. Du hast keine leichte. Ja. Oder? Jetzt kann ich ja weiterfahren fahren. Ja, warte, aber ich... Hält das da grad voll falsch aus. Anna. Wie geil. Sie alle... Hallo. Kannst du da fahren, oder kannst du nicht fahren? Hallo. Du siehst, wie du auch so gut gefahren hast. Wer fährt von uns? Du? Nein. 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 Ich muss essen. Nein. Nicht. Das... Die Chips führte was. Ich muss jemandem die Schuld geben. Hast du gesagt, ich war schlecht? Nein. Kommt morgen, sagen wir mit. Wir machen morgen Frühmittag. Oh ja. Oder lass Dienstag nur den Frühmittag machen. Ja, aber wir werden den ganzen Tag geholfen. Morgen kriegen wir einfach ein paar Probleme. Nur ein paar. Und fangen die Serien schon mal an. Anna? Ja. Willst du auch mal fahren? Ja. Ja. Okay, bitte. Danke. Nein. Wer hat meine eine Waffe noch ein? Ich bin nicht gut im Lenken, aber man soll es. Ja, nicht mehr. Ja. Warte, wir müssen hier aufpassen. Und wenn ich runterknall... Was ich eigentlich machen würde... Das passiert jetzt auch, okay? Wir fallen jetzt runter. ist hier oben Boden ich ich habe keine Baumaterialien mehr Jesse hatte war mit dem hatte ich war okay ich habe ich schießt diese zeit wir haben eine große waffe ich habe steht dran kommen dass ich meist schüttere ich mir die große waffe dankeschön ich brauche ich brauche sie dass wir nie gar nicht ohne fall nein das stopp das gegner Was ist das? Hast du mich gerade wirklich zugebaut? Los jetzt, schieß! Mach ich ja! Wie laut hast du bitte deinen Ton? Wie fliegen wir auf 80? Nein! Gehen wir heute Nacht raus! Ist ja 20, aber egal! Gehst du heute raus wieder? Nacht? Ja auch! Wenn ja, sag mir Bescheid! Ah! Kein Damage! Ich fahr weg. Tschüüüü! Weißt du, dass das nichts bringt? Ich habe fliegen gelernt. Oh mein Gott, Gegner schüttet, Gegner! Ich brauche Hilfe, Jess, ich bin tot. Sorry, du warst die Urteil da unten, wo ich nicht war. Sieh, Jessica! Was, du nur nackt am Waffen? Ja. Nein, ich bin weitgehend. Okay. Alter, das sieht so schön aus. Anna? Jetzt gerade ist er nicht episch. Also wir haben ja die ganze Zeit immer epische Six gehabt. Und das ist der erste, wo wir nicht epische Six hatten. Und drücken sie auch bereit. Jesse! Was? Oh mein Gepack! Warte gleich wieder! Ja! Mach noch mal! Was? Also noch mal bereiten! Nein! Es geht nicht! Ich sehe dich nicht! Ich sehe nur mich! Versuch ein Quadrat! Du machst L gerade in Wunderkette, stimmt's? Nein! Nein! Warte, jetzt weiß ich sie nicht mehr! Papa, wie will ich nur jetzt? Ähm, nein! Wie will ich den Schuh geben? Ein bisschen ein Eis auf mein Ladekabel! Ich sehe zwei rein! Ich sehe zwei rein! Und dann! Wenn ich sie nicht ver나. Was denn was in der Ladekabel? Ja! Ich sehe ihn nicht! Ich sehe ihn nicht! Aber sie hat viele lange zu tun! Ich schließe ihn nicht! Ich gebe es nicht! Mama fragen. Mama. Mama. Das war's für heute. Das ist eine große Herausforderung. Ich fange in einer halben Stunde einfach mal auf. Vielleicht habe ich aber die Zerreffen stöpseln, wie dabei ich schon. Ich fange nachher. Stopp. Du warst voll unerfällig, ne? Du musst halt nicht mehr. Ich wollte doch... Oh, ich bin nicht mehr richtig. Okay, Moment. Ich brauche wieder einen anderen Kopfhörer. Jetzt weiß ich, wo andere Kopfhörer sind. Okay, Jessie. 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 Thomas will deine Kopfhörer haben. Das geht nicht. Ich laber gerade mit meiner Freundin. Thomas, ich laber mit meiner Freundin. Ich habe gesagt, du sollst dir kein Eis hier machen. Was machst du wohl? Das Gegenteil. Hast du es gerade dein Bein abgeschmiert? Nee. Nee, du Scheiße. Ich gebe immer um für den Pfiff. Dein Geburtstag, ne? Nein. Nein. Nein, nicht. Ich habe in deinem Tag nicht Geburtstag. So. Gucken wir uns das auch noch an. Dann hat man sich auch nicht. Da bin ich auch nicht. Nee, ich bin mir auch nicht. Ich bin mir auch nicht. Ich bin mir auch nicht. Wir hätten eigentlich gewonnen. Geh jetzt weg! Was ist jetzt erschrocken? Kommst du, Anna? Nein, ich geh woanders hin. Warum kommst du nicht mit? Weil wenn ich das die... Ich geh das die. Sein Ernst, du sagst in die Kumpel? Wer... Wer hält eine offene Federmappe so verkehrt herum? Du musst doch gar nicht so offen machen. Ach, nirgert man nicht. Das ist echt dumm. Das Kleid will ich morgen nochmal anziehen. Dumme Kunde. Hier ist ein Auto. Schön für dich. Wieso musst du so aggro sein? Was hab ich dir denn getan? Hier ist auch ein Auto. Was hab ich dir getan, Mädel? Was hab ich dir getan, Mädel? Ich geh mich doch gleich mit diesem Wut, den du um dich hast, Alter. Mit wem bist du, Ingenieur? In die Ruhe. Hört man ja nicht. Deine Schwester? Ja. Und dann geht's. Ich zeig dir so. Du dir, nicht mir. Nur ein bisschen, Alter. Mach die Kopfhörer aus, ey. Ja, es reicht auch irgendwann. Nö, kein Bob mehr. Ciao. Wir können schreiben. Wieso?